Und damit herzlich willkommen zum Rennsonntag. Ja, wir haben die Position eigentlich 1, 2, 3, 4, haben wir auch immer noch, aber jetzt ein bisschen anderer Reihenfolge, denn leider ist das Internet zwischendurch abgeschmiert von unserem Poster, nämlich dem James, weswegen dann leider das Rennen abgebrochen ist und dann musste man sich neu qualifizieren und das ist leider nicht so gut. Wir werden aber, denke, wir mal den Rest vom anderen Rennen noch hinten dran schneiden, also das war das hier alles. Ich bin schon echt scheiße gestartet, aber ihr wart auch nicht besser. Mich hätten sie gerade beinahe schon gedreht, wie Peter. Ich bin mir aufgefallen. Also ich war schon auch echt scheiße, aber... Also ich bin genauso mies gestartet, wie beim letzten Mal. Ich war schon echt scheiße, aber ihr wart noch beschissener. Also ich bin echt genauso mies gestartet, wie beim letzten Mal. Richtig erbärmlich gestartet, also das war wirklich... Josch, Josch, Hashtag abgehoben, ne? Ja, ich hab jetzt einmal keinen Start hingelegt, da holte ich mir jetzt ein Leben lang einen drauf runter. Und er hältst es uns immer vor, wie erbärmlich wir im Monza gestartet sind, ne? So Josch auf seinem Sterbepfett. Das wird sein Kanaltrailer. Das wird sein Kanaltrailer. Stopp! Schau dir erstmal an, wie scheiße die anderen sind, bevor du zu denen gehst. Und jetzt, und jetzt, hör dir mal an, wie geil ich gestartet bin, ne? Dann scheiß ich das andere davor. Ach, fuck, das war ganz zu viel. Ah, puh. Jetzt guckst du dir mal an, wie die anderen gestartet sind. Und jetzt guckst du mal, wie du den Trendstisch machst, so. Jetzt kannst du auch sehen, so wie die gestartet sind, so ist auch deren Videoqualität, so wie ich gestartet bin, so sind auch dann meine Videos. Also bleibt besser bei mir, auf Joschs Kanal. Oh! Und, sorry, nach dem Start, nach dem Start schaltet es ab. Wer ist da hinten eigentlich? Jetzt habe ich euch komplett verloren, jetzt ist es vorbei. Ich bin gerade fünfter, mein Ziel ist aber, vierter zu werden, mindestens. Ich möchte nämlich diese Saison auch mal Punkte einfahren. Ich habe bisher gesagt, wo ich jetzt nicht. Also mein Ziel ist nicht weniger als vier Sieg. Mein Ziel ist einfach so gut wie möglich und so schlecht wie nötig. Okay, also mein Ziel ist ankommen. Mit Sprit und Tank. Mit Sprit und Tank. Sorry, Josch, das war ich. Das passt. Du weißt ja, irgendwie sehr früh auf der Bremse, bis das Gefühl. Ja, habe ich dann später auch gedacht. Ich mache einfach Minimax-Prinzip passt schon. Nein, 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 nein. Doch, you, man, ah, fuck! Also. Hatte ich keiner gesehen. Nee, ist keiner. Aber Josch, du bist gar nicht so weit hinter mir. Mike Tompkins geht. 1,6, du bist näher an mir als ich an Carsten. Weil zwei. Ja, aber du warst ja schon mal weiter weg. Nee, stimmt, die rote. La, 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 la. La, 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 la. 2,0, das ist nicht so schlimm. Scheiße, 1,1, das war kicke. Der Carsten hat jetzt, der Carsten hat jetzt natürlich ein Vorteil, dass er da vorne richtig frei fahren kann. ja genau ich habe auch noch freie fahrt eigentlich ist noch ein bisschen weg ja aber sobald jemand vor dir sie ist im hinterkopf das stimmt einholen und ich habe blocken 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 und ich habe störungen störungen kann aber schnell passiert so dass ich verzweifel ich habe eine zwangser muss in 20 schnapps trinken er wird dann doch werden wir lassen die waren genug rennsport wie kann man denn beim zocken so ölen spieler project cast an weiß ist der lenkrad ölt sich auch gerade ein oder linker zu holen auch gar nicht ein wichtiges Geld passt und geült und das ist alles gut machen wir können wieder an das wollen ich kann mich nicht konzentrieren jungen ich bin ich bin den den vierten den hol ich mir noch das ist mein Platz da steht mein Name drauf heute steht aber mein Name drauf hast du den gekauft? ja ich hab gesagt die Stabilitätskontrolle Julian sackt sich den vierten Platz ein war das ein Deal? ja aber auch er so ein Deal er so ein Schnellgeld Deal Heise Price Superheise Price der Heise Price kommst du nicht nachlassen, setz ihn mehr unter Druck hat er gesagt hat er gesagt, ja, hat er gesagt ja, ich spür keinen Druck ne, ist nur noch ne Sekunde über Carsten ja, ich spür keinen Druck ja, ich spür keinen Druck ich überhole dich vernünftig nö, nö, hallo hallo oh, war ein bisschen spät außer dass ich die Schikane immer scheiße mache ne, jetzt warte er mich auch schon hier, der Drecksack was macht der? der hat kein Vertrauen in mir das ist doch blöd, ne kein Vertrauen in dir ja, dann lass ihn rausziehen und dann redet ihr da nochmal drüber ja, ich werde den gleich feuern wenn ich hier angekommen bin ja, am Ende des Rennens da wird mein, mein Boxentyp da gefeiert ja, so geht's ja mal gar nicht, ne wir haben eine Box zu kurz, ich bin ganz zufrieden und am Ende des Rennens da steht ne Kündigung im Haus es zieht zu ja, guck mal, ein Himmel ja, das heißt, das haben wir schon im Hauptmenü gesehen schnellste Rennrunde, yay schnellste Rennrunde, yay ich hab bei mir gerade auch dran ich bist für unter 49,1 gefahren da stand, das war die schnellste Rennrunde das hat sich so ziemlich richtig ungläubig bist du unter 49,1 gefahren ja, aber das sehe ich ja gerade gar nicht mehr, oder? da oben ist es halt wieder weg sofort also, da hat gerade was du bist gesagt was hat er gesagt? du holst ihn dir, perfekt ja, doch, hier im ersten Sektor im ersten Sektor bin ich definitiv schneller als Carsten oh, hi, Julian Carsten, feel the pressure ich fiel gar nix diese pressure, halbe Sekunde ich seh da, ich seh da nur so ein komisch gestreiftes Kackfahrzeug da im Marspiegel hab mir in der Hose ist was locker echt? ja, musst du mal wieder dran löten lassen, so na, so locker ja, jetzt hab ich's auch verkackt ja, guck mal, über ne Sekunde wieder ja, weil ich die Schikane verkackt hab ja, ich auch ich hab's aber mehr verkackt ich hab's aber auch an der Schikane und ich bin hier erstmal auf der Graden vor der wow Anabolika-Kurve hier Parabolika Parabolika denk einfach an Satellitenschüssel das mach ich immer ach so Parabolika Eselsbrücken haha Eselsbrücken James Schi-Eselsbrücken ja ja, aber ich krieg nicht mehr so irgend nicht aufgeben du wirst langsam mal, gib mir Gas, komm schon Fakt was sollst du denn jetzt noch ein Gas geben, komm, oder? ja, keine Ahnung, Gas geben und dann brauchen wir ja du bist, ja richtig tatatatata und dann ja genau so hab die erste Schikane richtig versaut das hast du fein gemacht du bist aber eine versaute Schikane aber dafür versaut der Carsten die zweite regelmäßig Fakt Fakt nein nicht nach Klasse versuchen beim Bremsen auf der Innenseite zu überholen der Carsten Brescher ist nichts ich hab gar keine Innenseite selbst das ist so das ist so überholt werden ist nicht definiert ne, genau ne, ist schön hier mhm ja 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 hey ich bin sofrieden ich bin sofrieden ich bin mal in der fünften Runde ohne direkt ganz hinten zu sein also das ist schon mal ganz schön ich glaub ich's beschrieben also ich krieg ich komischerweise auch nicht mehr so richtig sauber hin diese scheiß Runde da oh ich schreie schon mal einen Fahrfehler boah das rummelt aber weiter ja das rummelt aber ganz gut ne ja jetzt hast du mich gleich jetzt hast du mich gleich da bin ich richtig das war doof dann brauchen wir gleich Regen Schönen Scheibenwischer oder was Carsten ich mache das immer ganz einfach ich guck wie du es machst und mach's einfach nicht so oh boah boah das ist das jetzt jetzt verliest jetzt was eigentlich verdient dich fünfmal zu drehen so dass du hinter mir bist Carsten ja jetzt fährt er mir auch noch in die Karre jetzt will er mich nervös machen hier wenn du da so schleicht ist ja unglaublich glaub ich ja du glaub ich heißt doch nicht dass du mir in den rein fahren darfst kannst du nicht machen kannst du nicht machen sowas okay wir haben ein bisschen ein bisschen zu freshen von dem hinterher so vielleicht starte ich die vielleicht starte ich die inside line oder ja oder ja so groß so groß so groß so groß so groß so groß ha ich muss es unter der Brücke machen unter der Brücke muss es hier machen da sitzt keiner weißt du der dritte der Händler sind auch schon über die Wände wir haben wir haben die zufrieden aber versucht dich vorhin zu setzen waren alle die Schöne hier sind so nach nachmittags Kuhl ja 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 lecker schlags zu haben Euro aber das ist besorgt das kann nicht sein wird im Rückspiegel Heller ist ein Prozent LL LL wie sagt es zu noch im Prozent in einem vorherigen Leben vorbei gilt reinkommen ist das eine vorbeikommt das andere das sagte er noch in einem vorherigen Leben jetzt habe ich nicht gesagt jetzt krieg ich nicht die sollten sich kämpfen da vorne ja am wagen kennst du die Kampflinie ja kenn ich oder ist ein Helikopter Helikopter ja das ist ein Kampflinie oh no Scheisskampflinie kann doch nicht sein du ey nein komm ich fahre nein nein das ist okay alles gut vorbei ich werde ich hatte eine Frage die die Führung davon nein aber das ist das Prozent der Wahrnehmung nein das war unverwächtig in der Strecke aber mein Gott in die jetzt stellt er sich aber an den Teams der das ist für jede Schöne er bereut ja er hätte ja er werde ich zweit Hallo neben der Strecke überholt ne nicht neben der Strecke, ah fuck das war's auch neben der Strecke überholt fahr vorbei fahr gleich sowieso vorbei ey Arof, ne jetzt nicht mehr aber ich kann nicht so halt infallen weil du da bist ich war gar nicht in ich war hinter dir James du erinnerst dich wie du sagtest vor der Aufnahme wir sollten die Kali auf die Dings einstellen, dass sie so auf dem Niveau fährt wie unser letzter wir können die Einstellung so lassen ich sehe nämlich die ganze Zeit einem Rückspiegel, der bleibt gut dabei also passt schon Alter Ah, fast so schnell zu schnell in Windschatten Alter Schwede das ist aber echt anstrengend heute jetzt ist schon wieder das Szenario von vorhin, Kassenzene Sekunden vor mir Oh, zwei Alter und wird bis sie da angekommen oder wie Warten Warten und jetzt bist du da angekommen, irgendwas Klassen, Great Driving ich hab immer so pro Runde ein bisschen was abgeknabbert, ja und ich bin ja nicht, bin ja im letzten Leben nicht so weit gekommen stimmt Karsten, gleich fängt sich an zu regnen, guck mal in den Himmel Hey ey, ich fress dich ich fress dich ich hab auch einen Scheibenwischung ich hab auch einen Scheibenwischung, aber ich fress dich, weil sie wieder ist ich auch nicht stimmt, ich hab sie gar nicht eingestellt ich bin hier direkt neben dem Licht Okay, let's try and stabilise these So, da gehört er auch hin Ach, Manu Ich weiß zum Beispiel, dass ich im ersten Sektor gut eine halbe Sekunde schneller kann als Carsten Das ist ganz beruhigend Ich hab noch 10 Runden Zeit Ja, das stimmt Ich brauch aber 20 Weiß man nicht, ne? Ja, dann fahr du noch 20, wir fahren noch 10 Dann müsst ihr definitiv vorkassen Jetzt hab ich die Sekunde, die ich vorhin geknabbert habe, wieder verloren Die Reifen lassen ja auch nach, irgendwann, ne? Ja, aber die lassen wir ja alle nach Ja, aber der James ist wenigstens einer, der damit umgehen kann Nein, 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 nein vielleicht passiert im Karsten ja noch was ja ja eben genau vielleicht trifft ihn ja noch der Blitz guck mal in Himmel guck mal in Himmel Karsten ja mal ganz ehrlich bis jetzt weiß ich in keinem Rennen konstant jetzt in dieser Saison das muss man einfach mal so sagen deswegen muss ich mich voll konzentrieren voll konzentrieren ich will einfach nur den fünften hinter mir halten das ist alles cool hast du so auf die kann er nicht lesen du bist etwas langsamer halt die Klappe ich bin mal gerade näher rangegangen das schaffst du bei mir gerade prinzipiell nur Rotz zusammen jetzt der Druck vom Josh nee der ist vier Sekunden hinter mir ach so aufbauen Worte nur und die Motivation der Post nein das ist ja nicht der Städte ist zwar da aber vier Sekunden das ist Prozent das war eigentlich eine halbe Stunde also hier sind vier Sekunden als er ist das ist kein Problem die Sekunde ist schon fast eine Ewigkeit nicht ich habe drei Ewigkeiten Rückstand auf dem Carsten so so aber was läuft hier jetzt nicht mehr irgendwie ist es unkonzentriert das könnte daran liegen dass wir schon eine Weile aufnehmen ne ich bin aber auch unkonzentriert keine Sorgen also so über die grünen Dinger da und dann ja manchmal ist das nicht verkehrt über die grünen Dinger da ja das bockelt immer so im Lenkrad da muss die Gegenhaltung da 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 der einzige der wirklich gerade konstant ist der Carsten oh das wird jetzt viel zu weit raus fünf Sekunden ja passt das ist okay aber mich bringt auch das der Sprit im Auto das Gewicht bringt mich aus dem Takt ich habe dieses Mal nämlich nicht die kommen gleich auf den Friedhof nach der Aufnahme ich habe dieses Mal nämlich nicht mit vollem Tank geübt süß immer diese Schalt-LEDs am Lenkrad ne ich müsste achte die komplett ja da kannst du gar nicht drauf gucken guckst du auf den Bildschirm auf welchen Bildschirm auf den Bildschirm auf den Monitor-Bildschirm den Monitor-Bildschirm auf dem das Spiel auch läuft ja ja hm wo habt ihr denn sonst noch Schalt-LEDs auf dem Lenkrad ach so das G27 hat über den Mittel Kreis hat das Schalt hat das Schalt-LEDs warum denn immer so schön gelb-rot-grün und sonst noch genauso wie im Auto halt ja ich weiß nicht was ihm sofort aber und beim Audi ist es ein Ursprung nach rechts hat es bestimmt nicht doch klar hat er hat auch so eine Wippschaltung klar jetzt da hat er Tipptronik ja nicht hat er hier schon alles nachgerüstet klar na das kann man das tatsächlich hier es war ein bisschen nicht mehr übernachten wir auch ein ganzes Head-up-Display einbauen und so ja wobei die sollen tatsächlich scheiße sein die Nachbau Head-up-Displays die vom Hersteller eingebauten sind wesentlich besser also die die auch für das Auto bestimmt sind verstehe ich gar nicht dass die wirklich besser sein sollen ich auch nicht heißt nicht so ein Audi 80 mit Head-up-Displays bestimmt wesentlich besser als ein definitiv neuer A6 ich finde in so einem Auto muss man das auch haben ja klar weil der Rest sind alles Wippschalter von vor 50 Jahren und dann hast du so alt ist der Audi 80 auch nicht ich weiß aber trotzdem aber die Schalter vielleicht also in Porsche 928 sind noch Schalter vom VW drin von ganz früher weil er hat ja noch der VW Porsche war so der hatte noch Reste vom VW Porsche so Fun Facts die keinen interessieren während es doch doch ich fand das interessant naja aber zum Beispiel was geil war fand ich damals was BMW gemacht hat in dem 3er kompakt der war ja von außen relativ neu und von innen hatten sie dann komplette Innenausstattung von dem alten 3er BMW genommen von dem Modell davor was irgendwie schon fünf Jahre oder so auf dem Markt dann war also richtig alt backen ja erzähl mir mehr das lenkt dich vielleicht ab boah meintste? ja erzähl mir mal so ein Pister so ein Pister hast du wieder zu schnell Mann was ist denn los diese Kackbrücke ey Kackbrücke? Kackbrücke? für ne Brücke? nee ich hab mir die Kackbrücke von euch abgeschaut aber die funktioniert nicht die Bremsbrücke welche denn von den beiden? in der in der zweiten Schikane von der Ende Sektor 1 Kurve bremst da wo der Schatten von der Brücke anfängt ja funktioniert gut wo jetzt sich die Wolken zuziehen der Schatten ist trotzdem da aber anders ne der ist an der gleichen Stelle der Sektor 1 ist unrealistisch nein da kann ich ja wohl nicht fahren denn sie ist die Sonne wandert nicht nö überhaupt nicht vor allem wenn sich Wolken vorschieben denn dann ist der Schatten dann auch niemand ne bei der Kasse ist echt schnell m haben sie sich mehr lassen ich komme nicht an m m m m m m 8 jürgen jetzt versucht das mit Lob ne ich komm echt nicht ran ich versuche sie die ganze Zeit die Grunde noch als sie wenig so nach Beobachten aus diesen mal zumindest nicht von ne wo man muss eine Runde werden nee wir haben jetzt die Woche mal weiter vorne wieder jetzt ist es auch immer so ein paar Fehler am Arsch mach ich ein paar Fehler ja meine ganze Phase in diesen Fehler dann ich dich eingestellt hab waren Fehler ja ja eh 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 wenn dir das Ding im Ohr sagt wenn du im Rennen machst ein paar Fehler macht lieber nicht mehr da denkst du dir auch nur so ja also nach dem Motto weißt du weißt du du fährst und der erzählt dir nur was du falsch machst und soll der doch fahren und du erzählst du sagst als wenn er besser könnte ne sondern erst mal machen ja aber wer von uns fährt hier gerade und wer ist bloß der dumme Knopf im Ohr hm hm mein Niveau dein Niveau siehst du den Unterschied wer ist der gut bezahlte Rennfahrer hm ich oder du wer ist das denn der kleine dumme Werkstattleiter oh wer kriegt hier die Bitches ab ja genau wer ist Porno hm so richtig mein Niveau dein Niveau siehst du den Unterschied Bildschirm der Köln das mache ich gerade falsch der Karsten zieht weg der Jörg kommt an der Eberwahl der Runde Kult gefahren so nachdem er gesagt ich war scheiße ich mir gedacht ich kann mich so nicht mehr scheiße fahren das war jetzt der Tipp des Lieders Wendepunkt er schreibt das in seine Memo an als man Rennleiter mir sagte 2 der Ableitung auch 0 Wendepunkt Wendepunkt ich hasse meinte so eine Zeitung oder nicht sowas in der Art aber die Kurve oder James mich immer wieder das ist das ist nicht so mein Ding und ich weiß nicht zeitlich sieht es ja es könnte was werden man ja sehr konstant der ich verstand scheiße in schnellste Rennrunde 149 5 Anni sein ich bin in 491 gefahren er seine wird dann ist das aber persönliche schnellste Rennrunde ja in so das mag sein war trotzdem Stoß auf mich kann es ja mal einmal war aufbauen muss gesagt er ist auch 14 langsam als meine Schnellzone so okay James macht's wieder kaputt weißt du nein es ist nur 14 langsam als meine so jetzt hast du das Fehler selber nachdenken genau der Kopf der die 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 Hände und die Hände weh wieviel zentel gelassen wie jetzt ja meine auch ich bin grad nur zwei zehntel minus schade jetzt sind sie wieder weg ich mach ja nicht jetzt sind sie wieder weg selber schuld das war als eigene Dummheit ich hab aber gerade mein mein Rhythmus wiedergefunden glaube ich ne ich bin nur ne Sekunde langsamer gewesen James ja aber er hat ne Sekunde aufgeholt ah ok der Jute und auf mich alle liegen lassen wie ich halt einfach zwölf Sekunden auf den Josh habe aber immerhin vier Sekunden auf man hat er auch schon zwölf Sekunden auf Carsten ja aber du kannst fahren ne aber mein Auto wird langsam leichter weil der Sprit langsam verbrannt ist wir können alle fahren nicht nur mit Stabilitätskontrolle ja aber du kannst fahren ja aber mit Stabilitätskontrolle aber ja momentan geht's so 48,9 damit ich die schnellste Runde ja das ist korrekt so über Runden geht los ja dann äh viel Spaß das hält auf mhm das macht es mir wieder spannend das finde ich echt ganz gut so an der denke ich hier finde ich das hat was der Hirsch findet die Länge gut oh ich soll back into the race ey der Typ ist auch nie zufrieden ne ja die letzten drei Rennen war ich immer 26. und jetzt bin ich mal vierter und er sagt ja push back into the race ja mach mal was du Bitch ja eben vor allem mach halt was das ist halt so das was er immer sagt ja mach halt was ja eben mach halt was wie so einer der sein PC gerade geschrottet hat und zum ITler sagt mach halt was ja mach was dagegen dann noch der Satz ich hab ja gar nichts gemacht ja bring ein Patch raus mach mal was ich hab's genauso gemacht wie wir das zusammen durchgesprochen haben genau nein ich hab nix anders geklickt nein hab ich bloß nicht ach die Schaltfläche drucken ich dachte du meinst die andere welche andere denn gibt doch nur eine ne ne da das ist ja das geile dann bekommen die Leute ne gewisse Confidence ne eine wen ne ne gewisses Selbstbewusstsein dass sie sagen Mensch ich bin mir sicher da war noch ne zweite Schaltfläche drucken die genauso aussah genauso hieß aber noch was komplett anderes gemacht hat genau dieses Selbstbewusstsein dann da stand auch drucken drauf ich bin mir sicher dass ich das richtig drücken stand da drauf hier drücken hier drücken sie ihren Bildschirm jetzt boah jetzt läuft die letzte Kurve hoi oi oi oh beim Josch läuft's ich bin nicht Prostata okay Gang 3 bitte sauber machen Gang 3 bitte oi wunderbar ich bin wieder back in the race bist du back in the race? das ist 49.2 ey Josch mach halt was ne ja ich... es hat aber was gebracht der Tipp ja mach halt trotzdem noch was back to the race erste Überrundung ohne Zeitverlust na Arschloch Puh wir spielen 150 0 4 9 meine schnellste Herung in diesem Rennen hier was sogar beim Überrunden noch auch Carsten aufgeholt mioo das ganz fein gemacht James ja finde ich ihn auch die Bremsen so früh die Bauern ich müsste bald schon ne ganze Packung Kekse mitbringen zum Karotentreffen so stolz bin ich auf dich. Ja, bitte. Ich verteile dir dann, Josh. Ja, bitte, ich will das so. Also ich habe gesagt bekommen, ich soll einfach nur aufholen auf dich, James, und dann mich an den ersten ranmachen. Einfach so. Ja, an den ersten müsste ich mich auch erstmal ranmachen. Wie sie kassen? Was denn? Ich glaube, du solltest dich schützen. Die beiden wollen sich an dich ranmachen. Ja, ich stelle mich schon an die Wand. Pondom beschützen oder wie? Ich stelle mich mit dem Rücken zur Wand. Nee, ja. Ja, es kommt davon, wo du bist, Carsten. Das ist mir so nicht sicher. Oh, acht Sekunden. Ja. Neun Sekunden. Oh, zwei Sekunden. Das erhöhte den Druck minimal. Eins, neun. Das ist, wenn James realized, er f*** ab. Das ist, wie du glaubst, du f*** ab. So schnell f***et den James nicht an. Ja, das Lied ist eigentlich irgendwie cool. Das ist, wie du weißt, du bist da. Oder f*** ab. Ja, Mensch, na, wie ist das Wetter denn so? Ach, 15. Runde. Bisschen warm. Besser 16, 17, 18, drei Runden. 16, 17, 8? Ja, 16, drei Runden ist gerade 16. Achso. Das meinst du? Ja, das mein ich. Das mein ich. Das mein ich, James Bremslichter nicht. Der bremst auch nicht. Der bremst nie. James Bremslichter ausmontiert, damit man nicht sieht, dass der bremst. Genau. Damit ich das schön auf ihn reinlasse. Richtig, damit du denkst, boah, der bremst aber später, dann kann ich das ja auch machen. Und dann ballast du drüber und dann... Und das ist wirklich ein Problem. Ja, siehste. Aber der James hat seine Bremsen halt auch auf 200%-China. Wenn er dann die Pedale nur anhustet, dann fährt er schon rückwärts, du. So, ich hab kräftig die Bremsen, ja. Ja, ich hab die nach deiner Empfehlung auch immer so eingestellt. Was passiert dann? Bremsdruck 690. Dann bremst der. Die sind rechentlich. Ja, auto stärker. Fuck. Verdammt. Also nicht, dass ich mich jetzt irgendwie freuen würde. Was ist das denn? Ein anderer Name hinter mir? Dass mir das mal passiert. Was war das? Hat er sich gedreht? Ja, hat er. Garsten F.H. ist echt ein supergeil konstantes Wende. Tut er echt? Das ist schon wieder ein Minus. Muss ich ihm echt lassen? Ja, das, ich muss ja auch mal Glück haben, ne? Das eine Rennen. Das hat nicht nur mit Glück zu tun, Carsten. Das ist eine Rennen in der ersten Session, wo ich erster geworden bin. Das eine, eine einzige da. Da hat der James B. tatsächlich auch gesagt, ich bin ganz ordentlich gefahren. Ja, ich hab dann auch bewiesen, dass ich mich da getäuscht hab. Was denn bei dem Rennen war das doch gut? Ja. Danach hab ich nachgelassen. Ich hab schwach angefangen und dann auch unheimlich stark nachgelassen, aber im Endeffekt… Oh, oh, oh. Eli, fahr da weg. So, Runde 17. Runde 17, 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 Runde 16, Runde 11, Runde 21. war und er sei in die nächste Runde rückwärts im Moment ich hab mir auch so gedacht nie passt dann wäre die Elie in die Karre und meine Fresse in die Golding wenn die Götter der Doppel jetzt bin ich stinke ich mich gar nicht mehr lebt nur mehr warum bin der Elie neben meiner Fehler das muss ich mir abgewöhnen ja weißt du nämlich warum sag ich dir nach der Aufnahme die haben sich Secrets zu erzählen was ist da denn los wer hat was zu erzählen die haben Secrets zu erzählen wegen dem Ziel gewählt ihr euch 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 euch曾ler euch ja euch ja euch 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 durch House erhöht wie das so sechs Minuten es besucht ihr größte zu bringen Prozent das Krieg sind ich habe aber er sich doch nicht weiß dass er sich nicht gerade ich glaube es hätte genau Maria jetzt ist voll am happenen. Es ist so beinahe ich werde ich überholen kann Willi dazu überholt wieder der船ausel sowie den Nenner überrunden ich das jetzt in der letzten runde noch schaffe dann dann ist das geäppend ich sag euch das so richtig hart letzte runde zehn sekunden hinter dem wieder welche lieder denn ein lieder über karsten der lieder der liedersänger kommt bastian hänis dass mich vorbei weiß der josh muss gleich auch überrunden ich habe schon einmal überrundet aber sowas von sauber ja wenn die josh überrundet hat dann halt also wenn ich überrundet habe dann hat der josh auch schon überrundet das ist tatsächlich korrekt das noch ein 25er den kriegen wir auch noch oder wir bleiben einfach hier und zufrieden die was wir haben da wobei wer rechtlich hinter dem er hat immer so ein bisschen er hat er immer an uns bekommen mussten reine Männer fahr weg muss hupen Papier die Arschlein ist in die Hälfte ich mach dir gut nie wirklich jetzt was ist denn das? warum? du Alpisser mach dir sehr gut dräng dich jetzt aufs Gras so feste Woche genau so schnell dräng dich bloß nicht aufs Gras auf jeden Fall der kommt zurück wenn du versuchst wenn du den auch nur berührst dann bist du schon weg also ich hab' gerade überholt du darfst die normal nicht berühren sonst drehst du dich des Todes bei Project Cars aber er hat dich ordentlich Zeit gekostet ja das ist korrekt aber wenn ich jetzt ich bin jetzt gleich auf der letzten Grade da auch so was von Arsch langsam jiiiiiiiiiiiiiii da hat der Carsten gerade gewonnen ne noch nicht ganz ne noch nicht weil sonst wäre links diese Gare und jetzt hat der Carsten gewonnen der Carsten hat gewonnen ich gratuliert hier dem Carsten das war jetzt aber auch er hat sich anstrengend geht gleich erstmal duschen es ist erstmals ich hätte die Runde genau und er schade nur dritter warum das war schon das Rennen außer dass ne was nicht sie ist also wie ich weiß dass wir lassen für mich war diesmal ein schönes Rennen aber ich muss noch was trinken die ja ein vierter er hat ne war ja nicht mein Auto ich wollte gerade sagen, die fährt mein Auto zur Klumpe aber überall ich Gummi auf der Fahrbahn ja wer ist da schon mal was geil ist das ist das erste mal dass das Auto ganz ist wenn ich ans Ziel komme das stimmt das stimmt ich habe keinen einzigen Kratzer ich auch nicht oder wenig also eigentlich Mainz hat ein bisschen was abgekriegt das ist cool oh Leute ich habe Punkte gesammelt ich habe Punkte gesammelt yeah Jibiai Schweinebacke ja ich habe aber du musst ja jetzt 12 Punkte zusammen 12 Punkte ja damit ich bin er hat aber er hat sich nicht so schwer weil ich meine ich bin halt von 0 auf 12 jetzt also da hier 25 Punkte geiler Tee so kommen Project Kassmann kommt jetzt hier wiederholungsspeicherung wenn alle drüben sind so der letzte mal schnell reichen letzte ich bin wahrscheinlich ja um auch mal da kommen wunderschön dauer ich war schon in in die Boxen Gasse hier Boxen Gasse er hat es ja das ist ein Bild habe ich öfter erlösen die Boxen Gange ich freue mich gerade dass ich das erlebe lassen normalerweise auch entsteht und sieht so schön aus wiederholungsspeichern so das war dann wiederholung die speichern ja doch kannst du nein ich kann die wiederholung nicht speichern doch kannst du musst du können das grau ausgegraut und dann hast du schon gespeichert doch nein doch mit sicherheit so das war's mit dem rennsonntag das kann ich auch nein wir haben ja der musste erst in die Box fahren dann konnte ich die Wiederholung speichern aber das war so eine Millisekunde die konnte ich jetzt fix spielen wir haben wir haben dann übrigens folgenden Stand ich bin mit 90 Punkten Erster dahinter mit 46 der Josh dicht gefolgt von Carsten mit 40 und ganz ganz knapp dran ist der Julian mit 12 Julian mit 12 das heißt es wird spannend um den zweiten Platz nee auch um den ersten also bei mir dann die 50 Punkte musst du erst mal aufholen ja wir haben ja noch ein paar rennen das ist korrekt und meine lieblingsstrecke den überschringen sechs stück können wir noch siehst du obwohl das nächste mal wird ja spannend nächstes mal kennt keiner die strecke weiter danach sind ja so am sack wenn wir das fertig haben da sind wir da sind wir geil trainiert sind voll dann die richtig gut trainiert dann auch okay da war es zuschauen genau ja ja mach immer war schön schön ja du warst gerade so im flow cast macht du mal vernehmen macht du hast du hast gerade so schön es war es gesagt ja das war der rennen sonntag und wir sehen uns bald wieder wenn es dann heißt chaoten cup rennen wochenende oder chaoten cup ich kann mich auch nie entscheiden wie ich nennen soll bei mir ist und ja dann nehmen wir es einfach chaoten cup habe ich glaube ich auch so nennt genannt und das nächste mal fahren wir in monaco ja monaco freut euch drauf ist das erste mal dass wir die strecke gefahren und ich glaube das wird eine richtig geile aktion bis dahin macht gut und damit einen wunderschönen guten tag und willkommen zum rennen der des vierten Wochenendes wir starten 1 2 3 4 6 jahrherr erster drititter vierter und fischig selbst hat den start verpasst oder wird jetzt nicht gute gute und weggekommen Gartmann Kasten vor προöffentlichen liebet und mehr dadurch müssen mit Bochum kurve Prozent Prozent sowas macht ihr jetzt hier auch aus der Karriere Euro er hat er war ein weiterer weiteres ist weil sie der Jörg von der 3 auf die 1 vorgeschossen der in der Stadt der Stadt glaube nicht die Globen nicht war auch nicht Glück gehabt eine Idee ist das wirklich langsam rausbekommen ich weiß nicht das sei ich bin ich bin ich gut weggekommen es ist mehr habe ich ja ja schuldigung aber dann sagen dass er schon jetzt Prozent da konnte ich echt nicht mehr Bremsen das hat er ja das ist richtig schön ich muss auch durchs Getümmel und zum Beispiel der Befall der Vorhinein der sich ich fahre richtig richtig ja aber ich sehe dich heißt sie und ich habe noch extra früh gebremst James in der ja nicht genug ja du bist dann nach der Schikane nicht mehr rausgekommen das war ja das Problem du hast ja nicht wirklich Gas gegeben doch habe ich nein also dann nicht Gas dann hat dein Auto aber wenig Schub 1,9 Sekunden noch ja er ist das das war so ein scheißester egal ich bin schon wieder siebter es ist ja selbst das gleich kommt jetzt kommt der James von hinten ange schossen gleich und fährt wieder voll an uns vorbei ich kenne den du kennst den das macht er immer so so ist das Wut ist ist gut Wut ist gut Wut ist gut liebe Kinder wir sagen eigentlich in der Uni immer nur jeder Wut tut gut wenn dein PC irgendwas hat jeder Wut tut gut naja gut vor allem dem Kaffeeautomaten der da durchaus ein bisschen Geld verdient ja der braucht auch mal ein Reboot ich bin aber schon ganz schön weit vorgebrechst ne ja Schläuche Säuberung manchmal na gut ich verlasse mich einfach darauf dass ihr auch Fehler macht äh machen wir äh doch machen wir das ist irgendwie sowas was ich was mir in die Angst macht irgendwas macht er anderes ich fahr schneller es ist es ist in der Tat eine Option die ich so noch nicht in Betrag gezogen habe du hast es könnte sein es könnte eventuell sein doch passt nicht aber rankommen und vorbeikommen ist ja auch noch ne sind auch noch zwei Paar Schuhe ja mit vorbeikommen habe ich nämlich gerade das Problem ich komme ran aber ich komme nicht vorbei aber ich komme an denen recht gut vorbei ja James ich habe bin schon so lange hatte ich diese Situation nicht mehr dass ich an den vorbeikommen musste dass ich nicht mehr weiß wer das geht wir haben so ihre Stellen da kommen die nicht aus dem Tritt normal sind die immer an mir ganz gut vorbeigekommen 0 9 warum hast du eigentlich wieder die Nebellampen an du kleiner Pratschen in den Blatt es ist das ist letztlich der Skimmel leuchten was Julian weiß was der Trick ist solange möglich hinter dem bleiben im Windschatten ranziehen und dann erst rausziehen das werde ich auch mal probieren weil das jetzt ein das spart man Sprit das spart man Sprit das kommt noch dazu ja bevor es sich die umdrehen jetzt muss ich muss ich den Jorshin in Karsten wieder eine neun Sekunden Alter aber ganz Kassi will sein wir machen ab das kriegt er nicht hin ja doch das ich bin mir es gibt ja nicht egal ob du es vorne oder ich vorher er ist dass er schafft er war ab nee doch war damit sie gerade ausgemacht dass das nicht also bitte verunsichern ne nein das schafft er nicht das schafft er nicht das schafft er auch nicht boah wie die KI hier viel zu früh bremst das ist ärmer das ist wie so ein bisschen das Fältchen neu äh neu konfigurieren neu konfigurieren reconfigurieren IP Renew boah das war aber nicht schlecht das war wirklich nicht schlecht ja wenn ich im Kolifang einmal so die Kurve gefahren wäre aber holla hätte er ja schon als 46er Zeit gefahren ja auf jeden Fall aber bis jetzt mal außen wow das wow ich nehme da immer den Curb mit das ist so ein Mist jetzt hast du ja wieder mehr Abstand nein aber was ist das wo hast du gerade gesprochen das was ist denn das das Curb die Randsteine das rot-weiß gestreift keine Seite oder grün-weiß je nachdem aber manchmal genau weil es auch ist die 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 hier Chantal am Fahrrad ja genau lassen da da hat sich ein bisschen rauskosten jetzt war ein bisschen weiter ausrichtet sich das wo es so lustig brummt wenn du drüber fährst n es krummelt fast bin ich an und passen mir an berühmert das hat auch ein bisschen schnell was ich glaube das war auch ein bisschen schnell ja bleib da bleibt da außen bleib da das war der Fehler glaube ich das wird dieser Junior Pisser ja das hat der Fehler tschüss bist du neben mir oder was ich bin wieder hinter dir okay tschüss da bin ich doch nicht tschüss da bin dein Wünscher dachte sich Josch und sein Internet tut mir leid tut mir leid tut mir leid tut mir leid Karsten nee das war uns ein Ding nee das war gut das war gut ja so komme ich bestimmt dran du solltest du noch platz aber irgendwie dass das täuscht wenn ein vor der hätte das problem ist wenn du richtig und wenn du Windschatten hast musst du früher darauf achten das ist echt gefährlich von rechts vorbeiziegt dann ziehe ich wieder von links vorbei ist mir doch egal und wir hatten früher ja nicht so oft Windschatten weißt du ja eben wir hätten sie nicht dritter werden ich fahre jetzt Kampflinie ich will nicht fünfter werden oder sechster ich will vierter werden ja aber mach nicht äh ich bin jetzt gerade fünfter sechster ich kämpfe um den fünften das war zu weit außen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Brumm Brumm da liegen wir mal Blätter hier auf der Strecke liegen wir mal Blätter das muss ja wieder früher bremsen weil der Kastler vor mir ist AAU AAU uuuu da ist ne KI abgehauen und er sagt es noch und er sagt es noch da ist gerade ne KI aus der Kurve geflogen pfuh oh ich glaub der ist weg oh nein wer ist weg der Jakoten ist weg deswegen hat der Hallo gesagt oh nein die Session ist im Arsch hä? echt jetzt? ja oh nee oh nee oh nee oh das ist aber jetzt ärgerlich das ist gerade auf dem Fünft